Willkommen zurück zu Black Ops 3. Ich habe hier mal ein paar Einstellungen gemacht. Ach Nukedown, ja, zeig mal. Gehen wir uns mal für später auf und machen noch mal hier eine Runde Herrschaft. Sehr schön, was haben wir da für Maps? Wenn man sie nicht kennt, ist das immer geil, da wissen wir wenigstens nicht, wo man hinrennen kann oder muss. Oder besser gesagt, man weiß nicht, wo man hinrennen soll. Ja, ja, ich rede ne Scheiße, ja, ja, ich weiß. Wenn man keine Map kennt, weiß man auch nicht, wo man hin muss, wo man hinrennen kann. Lauf man da lang, äh, jetzt nicht weiter. Lauf man da lang, ach scheiße, da geht es ja auch nicht weiter. So viel da lang geht es ja auch nicht weiter. Naja. Rang 28, ey. Oh, ich läuft das, ey, ja. Herrschaftsspick, englische Anziane und... Mal was anderes als immer diese verdammte Team-Deaf-Mesche, ey. Oh, mal, knallst, ey, ja. So, im letzten Part hat ja irgendwie meine, ähm, Erschüttungsgranate nicht funktioniert. Mal gucken, ob sie diesmal funktioniert. Hab eigentlich schon alle Tasten durchgedrückt, aber hat irgendwie nicht funktioniert, ey, ja. Rache ich, ey. Na, das leckt hier ein bisschen. Ich hoffe, das kriegt sich hier wieder ein. Ah, guck mal, jetzt funktioniert das. Ah, es hängt ein bisschen, äh, das hatte ich nämlich auch, ey. Dass das da ein bisschen rumhängt. Oh, ey, hab ich nicht mehr erwischt, ey, oh. Wir verlieren Alpha. Ist natürlich schlecht. Die Verbündete Drohung erheert sich. Outrider erledigt. Wir haben A verloren. Der Sch... Ach, man, immer muss ich da einer einmischen, ey, oh, fuck. Wir verlieren B. Ich weiße, ey, wo geht denn die Granate hin? Ey, bei der Waffenzaun, ey, klingt übelst und wie viel Licht, ey. Da war der Waffenzaun irgendwie noch von Ghost, ey, irgendwie noch ein bisschen besser, ey. Was geht hier? Da bin ich so blechend, aber naja. Mit Pfeil und Bogen, ey, kriegt ne, äh, ja. Da ist ja, ja, ja. Die Monster wollen jetzt aber echt wissen, ey. Kleine Trämper-Sau, ey. Die Verbündete Schwebeladung eingesetzt. Jaja, komm, Alter, den Scheiß rumgesüpfen hier, ey, sind wir hier bei Backspanien, oder was? Komm, meine Presse, ey. Naja, komm, Alter, du modernen Scheiß Fallenbogen, ey. Und was ist denn mit D los? Dener interessiert sich, ey. Ey, hilf doch keiner, ey, wie in der letzten Scheiß Runde, ey. Kotzen. Stuck, du Penner, ey. Was ist denn hier gedacht, ey? Profit zerstört. Ne, klub, ich schwinde, ey. Bedrohung beseitigt. Jetzt haben wir hier alle, alle Dinger verloren, ey. Oh, Mann. Sichern Sie. Mach doch mal zu hier ein, seid ja bescheuert, ey. Mann, ey, keiner hilft hier, ey. Hervt mich, schuf jetzt ab, ey. Ich renne gleich da lang, ey. Scheiße. Ja, ich will auch so, ach, Mann, ey, diese Scheiß Runde haben, du hier. Scheiße, Exo-Freck, ey. Nervt mich wieder, ey. Der Drohne nähert sich. Lernt hiervon und gewinnt das. Die und erfüllte Schwiebeladung. Ich entwerfer, Bewegung! Profit ausgeschaltet. Wie steht's denn überhaupt, ey? Ach, ist ja das Wunder 1, ey. Oh, Scheiße. Ach, Mann, ey. Immer die Scheiß eingemische. Gut gemacht, CDD. Nochmal und dann nach Hause. Na komm, ey. 197 müssen wir da ein Gang kriegen, ja. 12, 13, ey. Oh, hat der Mischfein gekillt. Ja, Halbzeit, wüsste ich doch. Jetzt mach doch mal hier Latte, ey. Nimm die Ziele ein. Kommt mal hier aus dem Arsch, ey. Mal hier nur ohne gewinnen. Sicherung C. Feind hat A eingenommen. Charlie ist abgesichert. Garnate! Mann, ey. Perfektisch. Mann, wo geht's denn hier weiter, Mann? Der Feind hatte Ziele. Oh. Komm, nehmen wir B ein. B hat er sichert. Drohne nähert sich. Verbündetes Reps-Landeschiff unterwegs. Oh, fuck, ey. Du Ecken-Scheißer, ey. Wir nicht mehr verarschen. Ach, ne. Oh, was denn das, ey? Das Bravo eingenommen. Sichern B. Drohne nähert sich. Was denn das, ey? Komm, 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 komm. Jawohl. Ach, verdammt. Mann, mit dem letzten Schuss noch, ey. Boom. Da sind die alle, ey. Oh. Hätte ich gar nicht gedacht, dass wir den da... ... ... ... ... ... ... Da lag die Sau in der Ecke. Geil, geil. Geil, geil. Geil, mir. Oh, wer ist hier? Arm. Mensch, da. Ah. Ah. Okay. Ja, A ein. Wenn's klappt. Ja, komm, 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 komm. Jawohl. Ah. Sehr schön. Drei Abschlüsse. Geil, geil, geil. Weg, so richtig tief suchten hier, Alter. Drohne nähert sich. Beladung eingesetzt. Pullback ist hier. Nein. Sichern Alpha. Ding, 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 Alter. Irgendwann klein. Ich trage tief. Scheiße, ey, was ist das geil? Oh, dann. Hard. Full. Full. alle wieder umgekippt, aber ich wohnen, ah geil und da kommt ich, alles klar ich wundere, das war ein Screenshot-Bild oh mein gott, das ist ja krass, 24,23, ach komm, meine jüter ja, geil, sehr geil, aber hier der blaue, der müsste, und da per patch, ich habe keine jagen, ob das normal ist, naja, auf jeden Fall haben wir hier eine schöne Freistaltung, alle sehr schön, sehen wir uns jeden Fall in der nächsten Runde wieder haut da rein, bis dann